Heute möchte ich euch gerne im Namen des HZ-Produktmanagements die Erweiterung des Produktprogramms mit modernen LED-Leuchten präsentieren. Das Besondere an den neuen HZ-LED-Lampen ist die Möglichkeit des induktiven Ladens über Charging-Pads. Dadurch haben die Lampen ihren zentralen Platz zum Aufbewahren und Laden. Kabelgewirr und Ladechaos gehören damit der Vergangenheit an und man sieht am Ende des Arbeitstages, ob die Lampen am Platz sind. Die Pocket Light 1979 W82 verfügt über einen magnetischen Fuß, mit dessen Hilfe die Position um 180 Grad in acht Stufen verstellt werden kann. Zusätzlich zur magnetischen Befestigung kann die Lampe auch über den Haken an der Oberseite aufgehängt werden. Daneben befindet sich das Toplicht, mit dem zielgerichtetes Ausleuchten ermöglicht wird. Das Hauptlicht an der langen Seite der Lampe ist stufenlos dimmbar. Praktischerweise werden die Endpositionen durch ein kurzes Blinken angezeigt. Dazu ist die Ladestandsanzeige direkt unter dem Licht positioniert und zeigt euch mit Hilfe von vier Balken den aktuellen Akkustatus. Die Pocket Light verfügt über ein Zweikomponentengehäuse, das sowohl robust als auch spritzwassergeschützt ist.